Jetzt gibt es wieder alte Böller, Raritäten. Einmal die Keller FKW, dann die Bopieb von Georg Richter und die Pyrocracker mit dem Pagode-Label von Komet. Wir fangen an mit dem mit dem mit dem Komet Pyrocracker. Jetzt die Pyrocracker von Keller mit dem Baron Münchhausen Label. Jetzt die Bopieb. Jetzt können wir mal einen ganzen Schenkel fangen. Jetzt die Bopieb. 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 Jetzt die Bopieb.